Für junge, anerkannte Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene ist es anspruchsvoll, eine Lehre oder eine andere berufliche Anschlusslösung zu finden. Transfer erhöht bei den Teilnehmenden die Chance auf eine Berufsbildung und hilft, die geeignete Lösung zu finden. Ich heisse Rabia Ratia und ich bin ein Teilnehmer im Transfer. Hier im Transfer kann man eigentlich gut auf die Berufsschule vorbereiten und intensiv nach Lehrstelle oder Praktikum suchen. Im Bewerbungscoaching hilft die Lehre in uns, Bewerbungen zu schreiben oder zu kontrollieren. Wir lernen, wie man gute Bewerbungen vorbereitet. Das Coaching war für mich sehr notwendig, dass ich mehrere Schnupperlehren gefunden habe und mehr über den Beruf informieren konnte. Mein Name ist Said Masud Hoseini und ich komme aus Afghanistan. Ich bin ein Teilnehmer im Transfer seit einem Jahr. Ich habe mein Deutsch verbessert und viel Mathematik gelernt. Am Mittwoch von 13.00 bis 16.30 Uhr habe ich Lernplus und ich habe viel Schulstufe aufgeholt. Früher konnte ich nur Plus und Minus rechnen, aber jetzt bin ich ganz bereit für die Berufsschule und die schwierigen Aufgaben in der Mathematik. Mein Name ist Sangita Niramish. Ich komme aus Schwellenka. Mein Traumberuf ist Informatikerin. In meiner Klasse sind zehn Personen. Alle sind sehr freundlich. Wir haben eine nette Lehrerin. Wir sind wie eine Familie. Die Programmdauer beträgt zwölf Monate. Während dieser Zeit besuchen die Teilnehmenden einen Tag Bildung pro Woche sowie das Bewerbungscoaching. Die Coaches begleiten die Teilnehmenden im Integrationsprozess gemäss einem gemeinsam ausgearbeiteten Integrationsplan. Die Coaches begleiten die Teilnehmenden auch nach Lehrbeginn während den ersten sechs Monaten. Teilnehmenden üben Grundfertigkeiten aus der Schweizer Volksschule, erfahren eine Vorbereitung auf die Berufsfachschule, lernen in Praktika die Anforderungen des Berufes kennen und machen Erfahrungen im realen Arbeitsumfeld. Ich bin Mohamed Noural Abdullah und ich mache Praktikum als gewollte Technikplaner bei Firma Auchen. Ich möchte Ihnen zeigen, was ich im Alltag mache. Das Ziel ist, diesen Beruf genau kennenzulernen und mich für die Lehre zu entscheiden. Ich habe auch das CAD-Programm NOVA kennengelernt. Mir gefallen die Pläne. Ich liebe es, Pläne zu zeichnen oder mit dem CAD-Programm zu arbeiten. Teamarbeit ist sehr wichtig in diesem Beruf und das passt gut zu mir. Wenn ich eine Frage habe, versuchen die Mitarbeiterinnen es mir zu erklären und sie fragen mich immer, ob alles klar ist oder nicht. Ich bin Samar Kassa. Ich mache Praktikum als Detailhandelassistentin im Huber-Hotinger-Platz. Am Morgen machen wir verschiedene Salate, Sandwiches und Mittagessen. Dann am Mittag arbeite ich im Stand. Das Ziel ist, eine Ausbildung zu machen und im Sommer beginne ich die EPA-Lehre. Das Praktikum ist eine Vorbereitung darauf. Ich heiße Samuel Havos. Ich komme aus Eritrea. Ich mache eine Lehrerstelle als Logistiker bei der Stadtgetränke AG. Durch das Integrationprogramm von Transfer habe ich meine Lehrerstelle gefunden. Meine Betreuungsperson hat für mich Praktikumsplätze gesucht, wo ich schnippern konnte. Weil sie hier mit mir sehr zufrieden waren, durfte ich meine Lehre hier beginnen. Ich kann vieles mithelfen und gemeinsam in einem jüngeren Team die logistischen Herausforderungen des Tages befertigen. Und wenn es die Zeit sogar erlaubt, darf ich auch im Betrieb für die Schule lernen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017